Happy Birthday! Vielen Dank! Ich darf mir was wünschen. Meine Güte, was ist das? Wow, vielleicht ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen. Rotes, gelbes und blaues Essen. Oh, das ist eine Essens-Challenge. Wollen wir den Knopf drücken? Ja! Darf ich anfangen, bitte? Etwas Rotes. Das bedeutet scharf. Oh, das sind Instant-Rahmen. Jetzt noch die Soße drauf. Ich wette, die macht sie scharf. Und noch die Gewürze. Die werden so lecker. Und jetzt das heiße Wasser. Perfekt! Bin gespannt, wie das schmeckt. Okay, hier sind die Stäbchen. Dann probiere ich mal diese bekannten Rahmen. Und runter damit. Oh oh. Oh nein. Oh nein. So scharf. Ah! Uh, okay. Heiliger Strohsack. Scharf, aber geil. Wow. Okay, mach was du willst. Schauen wir mal, was ich habe. Cool. Eine süße Nuckelflasche. Mh, das ist köstlich. Mh, das ist köstlich. Jetzt dippe ich das Ding ins Pulver. Ich will es komplett eintauchen. Oh, das ist so süß. Das Pulver ist lecker. Wow. Was war das? Was zum Teufel? Eine Baby-Korb-Wiege? Ich weiß, was sie aufmuntern wird. Ein Lolli. Was denkst du, Baby? Okay, wie wäre es dann mit ein paar Skittles? Nein. Das. Die scharfen Rahmen? Bist du sicher? Die sind ziemlich scharf. Okay, wenn du drauf bestehst. Kaum zu glauben, dass ich gerade ein Baby mit scharfen Rahmen gefüttert habe. Oh, du bist wieder da. Die Rahmen haben dich geheilt. Das haben sie. Danke. Wow, das war eine seltsame Challenge. Lass sie uns gemeinsam öffnen. Hm, das sind einfache Torten, glaube ich. Wow. Plötzlich gibt es ein Rad. Scharf, süß oder sauer? Was nun? Oh, ein Knopf. Meinst du, wir sollten den drücken? Schätze schon. Ich mach's. Das Rad dreht sich. Sauer? Aber was jetzt? Oh, eine Zitrone. Ist mir einfach in die Hand gefallen. Anscheinend sollst du sie auf deine Torte geben. Okay, hier kommt der Zitronensaft. Jetzt drückst du aber den Knopf. Du hast auch sauer. Au, was zur Hölle. Wo ist meine Zitrone? Oh, das sind Essiggurken. Du bekommst also eine Gurkentorte. So, saure Gurken auf meiner Torte. Drücke den Knopf nochmal. Scharf. Das kann nicht gut sein. Oh, Paparoni. Dann sag ich mal danke. Challenges können so richtig verrückt sein. So, die Paparoni sind drauf. Du bist wieder dran mit dem Knopf. Süß, ich hab süß. Was zum Teufel? Da ist etwas in meinem Mund. Da ist noch eins. Drei davon. Schätze, die kommen auf meine Torte. Und das ist meine Augengurkentorte. Lass uns den Knopf gemeinsam drücken. Wow, das Rad ist weg und wir haben Knallzucker und Wasabi-Paste. Dann machen wir das noch auf die Torte. Ich zweifle ziemlich an diesen Torten. Dann mache ich jetzt die Paste drauf. Okay, es ist soweit. Ich hau einfach rein. Ich hab irgendwie Angst. Süß, dann sauer. Und nicht schlecht. Vielleicht ist ja meine auch gut. Okay, los geht's. Scharf, scharf. Ich muss weg. Wow, sie kann echt schnell laufen. Hey, wach auf. Sorry, bin nur müde, aber ich mach mal's auf. Hey, ich habe scharfe Bonbons. Ich hab ganz viele kandierte Zitronenscheiben. Die schieb ich mir gleich in den Mund. Uh, sauer. Aber gut. Okay, dann öffne ich die hier. Oh, das ist eine süße kleine Bohne. Wow, heiliger Strohsack. Diese kleine Bohne scharf zu. Das war ein großer Spaß. Ich werde auch den Rest essen. Komm, Bohnen, ab in meinen Mund. Warte, ich kann sie auch reinschütten. Ich fühle mich lebendig. Wo willst du hin? Wahnsinn. Die Pyramiden sind ja riesig. Huh, bin wieder da. Ene, mehne, muh. Und du? Oh cool, dann fang ich wohl an. Brennend scharfe Chips. Sieht ziemlich scharf aus. Bin gespannt. Ich liebe Chips. Wow, schau dir diesen Feierball an. Jautsch. Ups. Oh nein, pass auf. Sorry, aber schau mal, was ich kann. Okay. Ich öffne meinen jetzt. Ja, super süße Marshmallows. Wie schön weich die sind. Lizzie, spielst du immer noch mit dem Feuer? Hey, das bringt mich auf eine Idee. Sorry, Schild, aber ich brauche ein paar Marshmallows. Lizzie, leih mir dein Feuer kurz. Oh ja, das ist eine gute Röstung. Es wird langsam getoastet. So, es ist vollbracht. Ich wette, der wird richtig gut schmecken. Jip, genau wie ich dachte. Cool, lass mich auch einen probieren. Perfekt, sieht köstlich aus. So klebrig lecker. Wow, das war köstlich. Hey, probier mal meine Chips. Diese Challenge war die beste. Hey, ich will anfangen. Nicht wirklich, echt jetzt? Die schärfste Soße der Welt? Du schaffst das. Glaub an dich. Und ich habe meine Kamera schon bereit. Okay, es geht los. Ah, ist so scharf. Puh, das war lustig. Beeindruckend. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Komm schon, Challenge. Wir machen das. Das hat geklappt. Ich habe Chicken Wings. Die scharfe Soße passt hervorragend dazu. Ich mache einfach überall was drauf. Das riecht so gut. Und rein damit. Genau das meine ich. Ich hoffe, ich habe auch Chicken Wings. Wow, saure Cola? So eine habe ich noch nie gesehen. Aber gut, ich werde sie probieren. Das ist meine Chance, Lizzie einen Streich zu spielen. Das wird witzig. Wow, was für ein saures Erlebnis. Ich trinke noch mehr. Ah, jetzt ist es scharf. Wow, jetzt dreht sie richtig durch. Definitiv einer meiner besseren Streiche. Ich fange wieder an. Hey, ich habe einen Strudellolli. Der ist gelb, also sollte er sauer sein. Okay, ich habe blaues Popcorn. Es geht los. Hm, oh, sehr gut. Köstlich. Dann probiere ich den mal. Ich hatte recht. Super sauer. Ich bin echt aus dem Häuschen. Wow, irgendwas passiert hier. Unmöglich, das ist ein Zauberstab. Ups, das wollte ich nicht. Jetzt ist mein Popcorn gelb. Sorry, jetzt hast du wohl saures Popcorn. Na gut, ich probiere es mal. Oh, das ist echt sauer. Warum hast du das meinem Popcorn angetan? Ich bringe das wieder in Ordnung. Was? Jetzt ist es rot. Jetzt muss ich das probieren. Scharf. Scharfes Popcorn. Sorry, sorry. Ich versuche es nochmal. Hier, ein Glas Wasser. Oh, dem Himmel sei Dank. Puh, schon besser. Sehr gut, ich lege den lieber weg. Magst du es lieber scharf, sauer oder süß? Verrate es uns in den Kommentaren. Und denk dran, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und abonniere unseren Kanal für noch mehr tolle Videos wie dieses.